und dann kommen wir mal was ja ich weiß nicht also Captain Hornigold also Ben Hornigold ich weiß nicht was mit dem los ist Captain Fetch wissen wir ja aus dem Intro ist bis zum Schluss Pirat aber ganz ehrlich wenn man jetzt mal so vergleicht wenn man sich die ganzen Bilder und Intros anschaut dann ist auch dieser komische Captain Hornigold nie auf dem Intro mitzusehen also irgendwas wird da schon noch sein mit dem Hallo oh keine Ahnung was ich da mache ich finde es vielleicht nicht so gut hier werden alle zu Freunde gehen na ok da habe ich, oh, außer sehen Crewmitglied getroffen ok Juni Neck wie viel muss ich noch ey nehm ich mal den da hallo stimmt der da? ah jetzt endlich es war ein Teil der Kapitän da drüben mit dem ich mich gerade geklappt hat ist der auch tot? ne ne der lebt noch ja er lebt noch er lebt noch stirbt nicht Hallöchen so unser Schiff ist ja repariert dann nehmen wir das mal die Flotte auf und verballern das dann einfach zu Diamanten oh, wollte ich nicht? tu mal, folgung, fahrt der Knopf eh, um das abzubrechen so, Queen Anne ausfällig machen jetzt, nachdem wir wieder ordentlich Kohle gescheffelt haben geht's zur Queen Anne so haben wir jetzt ganz schön Metallgut gemacht, ja wie viele Schiffe waren's? habt ihr das übersehen? nö sehr schön und dann schauen wir was äh, Blackbeard für Probleme hat, obwohl ich eher nicht glaube, dass Blackbeard Probleme hat du musst doch so eine komische Schatz kaufen, die hole ich mir jetzt aber nicht und so stellen wir dann am Land also bitte wir stellen doch nicht am Land, wir sind Profis ich weiß, unser Mädchen kann segeln, jetzt zeigt es ich bin ein Junge, ne, ich bin ein Junge ja, ich weiß, dass das Schiff meint warum nennt man eigentlich das Schiff Mädchen, das Schiff obwohl die Brick, ja gut, die Brick ist ja der Brick dann erklärt sich das ok, jetzt muss man aufpassen wo 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 nicht nur einer, das ist ja das Problem die Queen Anne Revenge, wo ist sie? wo bist du, Schätzchen? da ist anscheinend da ist anscheinend ein richtig heftiges Schiff und ich glaube, ich hab die Queen Anne gefunden der Wind ist eine steife Brise, Captain ne, noch nicht die sagen jetzt aber auch gerade nichts dazu ich dachte, die hauen noch ein paar Kommentare raus hier ist anscheinend einiges über Bord gegangen Menschen und auch Nahrung gibt es hier im Überfluss es ist normalerweise was Positives aber in dem Fall nicht auch noch am Leben denke ich optimales Missionsziel überleben da hole ich mir noch 2 weil wir brauchen eh noch Mannschaftsmitglieder wenn es optimales Missionsziel ist warum nicht so jetzt gehen wir mal zu der Kiste da hinten noch ich hoffe ich werde nicht einfach reingehauen sondern muss die mit eh stauben die Mission da hinten sehe ich noch ein Animus Fragment das hole ich mir auch kurz ich bin der Meinung Captain Fetch hält das schon lange genug durch aber es ist schon echt krank sich hier rein zu wagen egal wie gut das Schiff ist da muss man schon echt viel auf sich setzen so da sind wir ein bisschen weiter weit draußen aber nicht schlimm wo nicht immer ganz kurz da ist ein Fragment und ich denke da werden wir heute auf jeden Fall einiges in der Nebenquests gemacht haben so wie in der Hauptquest ich weiß gar nicht wie viele Stunden ich jetzt schon wieder aufgenommen habe so komm her öffnen bestimmt 3 Holz wieder ne 3 rum ne das ist die Sonne wo ist das Fragment so jetzt habe ich es so dann tue ich von der Palme gleich mal hier runter springen und wir gehen zum Schiff zurück dass wir unsere Schiffe auch nicht angreifen während das im Sperrgebiet steht na gut sie haben uns wahrscheinlich schon gar nicht entdeckt weil wir nicht in der Nähe von einem anderen Schiff waren aber normalerweise wenn es realistisch wäre allerdings wäre es aber so unfair müsste man ich weiß nicht ab einem gewissen Realitätsgrad ist es dann da gibt es anscheinend auch Aufträge da hinten ab einem gewissen Realitätsgrad ist es dann auch manchmal übertrieben so wir müssen mal schauen wo wir gehen jetzt hin wir gehen wieder nach draußen das heißt wir müssen rein so noch einen Überlebenden müssen wir finden wie sie sagen ich kann ich ah hier kann ich wechseln das sind klein 20 Stück habe ich ok er schießt dann anscheinend auf Nähe würde ich sagen die Queen Anne Marie ausfindig machen äh die Queen Anne Revenge die kann ich jetzt auf Marie keine Ahnung mal schauen wo haben wir denn hier noch einen Frack äh einen Schiffsbräuchigen das sind echt verdammt viele Feinde muss doch immer noch ein Schiffsbräuchiger sein da ist wieder der Rand ist echt nicht leicht hier vor allem was da an Schiffen ist das geht ja mal absolut gar nicht klar oh oh das könnte knapp werden jetzt da fahre ich lieber hier rum wunderschön dass der Wind gerade kam so jetzt lege ich mal hier lang ich muss mir so aufpassen jetzt ja das was sind das für Schiffe alles 23 auf Fregatten ich habe die Queen Marie gefunden ich gehe sieh da das ist die Captain die Queen Anne's Revenge und sie sieht nicht gut aus keine Abstimmung Tetsch ist unterlegen die Crew wird verstehen auf die Station Leute wir segeln in die Hölle ne achts noch nicht Tetsch ist hat noch Zeit die Backbäder reichen Aua was war das? soo komm vorbei ich möchte auf die Ma- und ich lasse die Jackdor kreisen das heißt wir gehen an Land und er wird die Jackdorfer nehmen da Edwell alles klar aber wie gesagt vorher hole ich mir noch das fünfte Mitglied um auch mal das optimal abzuschließen das habe ich ja nicht so oft wir gehen einfach mal davon aus das ist ein Mitglied von von Blackbeards Band dem wir dann auch helfen müssen na los Blackbeard aber vielleicht lernt Blackbeard ja dazu und wird deshalb dann der gefürchtete Pirat weil er merkt weil er sich neue Tricks ausdenkt oder irgend sowas und weiß es ja nicht man weiß es ja nicht wie geht wir wissen auf jeden Fall nur dass Blackbeard ein sehr gefährlicher und gefürchteter Pirat ist oder noch wird so Beute Level 17 Brick oh da ist der letzte da ist er ja wir haben ihn Klasse und wir haben das optimale Missionsziel erreicht Überlebende retten 5 von 5 und jetzt in die Schlacht wuuu aber Black ganz ehrlich es macht richtig Spaß mit Blackbeard zusammen zu spielen es gibt dann irgendwie so das Gefühl an der Seite eines wirklich wichtigen Charakters zu sein also eines wichtigen damals lebenden Charakters und es hat irgendwie was äh wirkliches dass man an dem seiner Seite kämpft das versetzt einen wirklich so in die Situation des äh der Meere damals ich weiß gar nicht ob die sich dafür dann extra recht holen müssten weiß ich nicht keine Ahnung auf jeden Fall Blackbeard willkommen ich gehe am besten auf sein Schiff was sieht denn an dem Schiff nicht gut aus weil die mich verarschen Vorsicht wir peinen zusammen tu mir nicht Blackbeard ich komme oh what the Hände weg aber sofort was Hände weg bitte bleib standhaft Bonnet die Waffen bereit und den Röchner zu sehen hat ich das Bücherlesen auch auf ein solches Gewimmel vorbereitet Meister Bonnet natürlich achso mein Bonnet den vielleicht nicht aber mich eines ist sicher man lacht eher aus Taten als aus Büchern stopp stopp im Dienste einer guten Sache Medizin mein Gehofft Hi eine Gallione wenn wir die Rohdrücke loswerden holen wir sie vielleicht ein na das ist doch mal was Gutes dann lass mir die Rohdrücke auf jeden Fall drauf gehen und tschüss na dann wohin auf sein Schiff oder wie unsere Gallione ist wieder da Achtung what the fuhr ich soll sein Schiff lenken ich bring dich zurück zur Jektor wenn der Rauch sich gelegt hat doch erst brauche ich einen Steuermann jetzt kriegst du einen Steuermann und zwar einen der sich gewaschen hat wuhuuu alter Schwede was wir hier wohl für Power an diesem Schiff haben ey ich freue mich jetzt schon Baby was bist du ein Level 49er Kriegsschiff oh mein Gott was der hat kein der hat nichts der hat keinen Loser was war denn das bitte gerade boah was ist denn das für ein langsamer Kahn ey der hat zwar Kriegspower aber sonst nichts ja Captain eine Seite genau da rein und nochmal komm da ist diese Schwachstelle und das war's alter Schwede was für ein heftiges Schiff war einfach mal nur wir haben zwar fast verloren aber hallo was für ein Steuermann was für ein Steuermann was für ein Steuermann hui und ob wir sie zur Hölle liebend gern mache ich das wuuu wuuu und los geht's was ist das bei denen so wo ist er wo wo was achso ich wollte gerade sagen wenn sie mir jetzt tot da machen wir sein blutrünstig was stirb einfach na also ich bin ein einfacher Mann und kein Müller und hättet ihr euch entgegen würdet ihr jetzt nicht blutriss heifestreck großmaul du wirst in der Sonne bommeln wie deine Kumpane in Boston der König versprach ein pardon Captain wir waren im Frachtraum nur spärliche Beute doch wir fanden Medizin mit einem in Charlestown vielen Dank Mr. Hans wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen wir sollten nach Charlestown zur Quelle hallo waren wir siegreich ich fürchte ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit die ein Glücksritter wohl braucht treffe mich in Charlestown heute in einem Monat Mission beendet wo kommen diese Nebenmissionen immer her durch Rauchbomben gestoppte Wachen töten na ok also dadurch dass wir an seiner Seite kämpfen sollen gibt es allein schon mal 5 Punkte ne also ja Dein für den Feedback mach ich doch gerne fortsetzen tja und hier würde ich sagen meine lieben Damen und Herren gibt es erst einmal ein Stop von mir wir sagen uns hier erst einmal Tschüss wir haben ja einiges erreicht jetzt mittlerweile wie cool haben wir gerade 600 würde das nicht wirklich viel ne äh Fortschrittsanzeige wollen wir nochmal reinschauen hier 21 16 mit den 10% naja 41% Hauptgewinnssequenz schon dann müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Tschüss ich hoffe ihr habt wieder Spaß bis zum nächsten Mal